Ich wünsche den Moment, ich verpasse Ihnen persönlich und im Namen des Staatsjahres aller Kolleginnen, auch runter hinter der Bühne, einen guten Rutsch ins Jahr 2018 wünschen, viel Gesundheit Ihnen allen und ich hoffe, dass ein paar von den Wahnsinnigen dieser Welt im nächsten Jahr nicht total durchdrehen, sondern dass wir mehr Frieden haben. In diesem Sinne, seien Sie uns gut und vielen Dank für Ihre Freude und einen guten Rutsch, meine Damen und Herren! Vielen Dank! Applaus